Hallo, guten Tag, willkommen, 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 heute spielen wir Genshin Impact wieder einmal. Hallo Maceendam, FG-Time, willkommen, willkommen. Let's start. Loading, loading, loading. Okay. Let's start. Okay. Okay. das wir hier for ourselves now what we can do und nicht alle Monster das ist hier unten okay we do this wait there was a crate da 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 kill all monsters let's see oh 60 meters oh hello what oh 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 noch mehr gegner am anmarsch no problem oh oh Gänst den Kot. Fri Moniton. Oh, 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 oh. Mission complete! Yes, what is that? Sadly, what is that? But thanks for posting the code. Okay, the next quest is 300 meters. It's not so long this way. What? No stamina left. Iron! Iron! Give me all the iron! What? Where? Where are you enemy? What? 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 Let's heal. Okay. Next mission. 800 meters. We can teleport. Hmm. 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 Microphone muted. Microphone activated. Hey you. What's up? Yeah. 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 Hi. Uh. Oh, 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 oh. Urine für ein bisschen Schock. Urine für ein bisschen Schock. Let's the show begin! Dum dum. Uh, Elektro-Kristle. Oh, das ist ein bisschen Schock. Einmalen. Oh, das ist los. Die sind durch die Machen. Ich füge das ein bisschen Schock. Ich füge das ein bisschen Schock. Einmalen. Ja! Was? Oh, wait. Boom. Oh. Boom. 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 Okay, next mission. 200 Medeas. 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 9, 9, 10... 3, 4, 5, 5, 10... 3, 4, 5, 6, 9, 10... 3, 4, 5, 10... 3, 5, 10... Wer? Ah, ok. Okay, lol. Okay, let's go. 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 Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Oh no, I'll protect us! Mhm, mhm, okay. Steintor. Wo ist die Person? Hier am Steintor umsteht, hä? Hm? Hm, this is not the guy I'm searching. This is the guy I'm searching. Oh, so much stuff! What? You should know? Yeah. So let's see. Because... Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Now we do this. Okay. 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 Hm? Okay. 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 Ah, ah, ah. Jaa. Jaa. Huh. Jaa. 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 Ah, 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 ah! Is this my crate? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh! I ran! 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 What you are doing here? Um, help! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Geh! Oh Oh sweet chest Blah, 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 blah Okay Oof, oof, oof Okay No idea Oh 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 Let's heal Oh 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 Geh! Waaat? Let's dance! Dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum! Hmmmm... 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 Okay... Let's see if the blue crystal are respawned. Hello, robot! How is it going? Which way? White way? This way... Hmm... Hmm... Checking out if the stuff is respawned. Thank you for the 25 T-Feel. Sadly, the bot is not there. So... No check message. Thank you, thank you. What is that for today? Hmmmm... No, the stuff is not respawned. Hmmmm... It's not so cool. Then we go back and... And... What's this? Oh, okay. Interesting! Damn it! Damn it! Let's go! Let's go! Okay, where are we? Ahhhh, why're you? Ahhhh! Yup! I'm not paying attention to the other side. Uh-oh! That's funny. We're not paying attention to the other side. I'm not paying attention to my enemy! Me, I'm not paying attention. Ich bin ein Wunderschön, aber ich bin ein Wunderschön. kann sie kann der kann da hello and my use hello welcome and damn it I use a also a big supporter of the channel so he gets a special crate we can give you a normal crate this way almost looks so okay okay Ja! We can't go there, okay. Let's go back. Let's go back. Da-dum, da-dum, da-dum. Ad Astra Abyss. Yeah! Red Cross Money. Red Cross Valley. Red Cross Crow form. Red Cross Money. Green Crossokay! Red Cross Pen. Add Ad Astra Abyss Ask. Roid Teuts. Okay, we don't have any other missions. Zerbrochenes Siegel, Milchzahn, bla... Errungenschaften, neun sammeln... Anything else? Nope. Okay. 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 Bruchstück, okay. Okay. Hmmm... Oh, okay. diese zerbrochene siegel zwei stück oh sorry Bronchi. Okay, upgrade this. Okay, upgrade this. Kann hergestellt werden, ist ja auch so ein Tipp, ne? Kann hergestellt werden, ist ja auch so ein Tipp, ne? Kann hergestellt werden, ist ja auch so ein Tipp, ne? Kann hergestellt werden, ist ja auch so ein Tipp, ne? Kann hergestellt werden, ist ja auch so ein Tipp, ne? Okay, let's see, what can we do here? Nope, not this. We do this, yes. Why can't we do this? Almost done. 32, 15. Oh oh. Phonecall, via. Okay, phonecall endet, sorry. So. Hmm. Hmm. Okay. 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 So. Weis. Okay. oh 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 Ok. Wiedersehen mit dem Drachen. 900 Meter. This way. Hi, BIT. DxBIT. Hallo. Willkommen. Oh shit, where I can get there? Hm, 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 hm. Gut, gut. Und selber? Alles ok bei dir? Da oben drauf. Wie komme ich da hin? Klettern hier erstmal. Ich kann noch Englisch für morgen lernen. Ok. Am teurer Stufe 22, ok. Das ist aber auch hoch, da komme ich nicht hin. Was? Aber da kriegst du schon hin. Ich bin da fest von überzeugt. Und wie muss ich da hinkommen? Ähm. Sprich mit Dr. Livingston. Hier mit einer Crate lernt sich das besser. Ich bin da. Oh, was would you like to eat? No problemo. No problemo. No problemo. Boom! Wir gehen noch ein bisschen Reisen mit, wenn wir schon mal hier sind. Was ist das hier? Mr. Ghost. Wo gehören wir denn hin? Da oben. Ah, cool. Nehmen wir. Elektro-Kristalle. Ah. 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 Das funkelt ja hier überall. Ah. 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 Das ist ne Crate. Ah. 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 Nice! Cecilia! Welche Truhe? ... 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 Die Zeit! Get ready for the gliding champion of Mondstadt! Okay, let's get back. The Wool Bay! Okay. Geh! Okay, let's save the stamina, maybe we need it. What a view! Lovely for a fated reunion, isn't it? Well, we must be prepared for a fight. Regardless of the outcome, things finally seem to be taking a turn for the better. Mondstadt has really been going through so much recently. Huh. In the end, the solution to our problem was as simple as a traveler in a song. I suppose the Knights of Favonius may have played a part in it, too. Oh, we get it, Master Diluc. Everyone, please step aside. I, the best wandering bard of the mortal world, shall begin my performance with the Holy Liar. Mm-hmm. You have what has been done cannot be undone. Then why do I see sadness in your eyes? Sadness that speaks of your yearning for this song. They are communicating, huh? No! Don't depart! Do not be fooled by him, dear dragon. He left you to rat alone! Now, he attempts to deceive you once more! The heart beat us! Let your wrath master! Mondstadt has already turned it back on you! You! You were planning this all on, crappy slave I am! D'Valin! The dreams come for the dragon to serve its slave master! While you beware your pathetic sounds! Don't watch the world tremble with fear! D'Valin! 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 Vielen Dank für den Namen Venti. Wie ist das Heilige Lüge? Kann es noch nicht spielen oder muss es nicht repariert werden? Unfortunately, ich glaube, es ist außerhalb des Verbrauchs. Du bist richtig. Wenn wir nicht das Schlimm, dann können wir nicht mehr Dvallin schützen. Was? Mhm, mhm. Beep. Beep. Your Highness, your humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall revel in its glory. Okay. Okay. What you are doing here? Okay. 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 Thank you for the flowers. What? 1500 meters? Then we do teleport. What? 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mhm, mhm Whatever it may have come to be I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time Without a doubt, I am now the weakest Archon among the seven Oh, you flatter me Oh, such a humble god But, is it a blessing or a curse? Infer, alert, infer, alert Holy shit, candy, thanks for the raid Welcome raiders Welcome, welcome And, uh I don't know if you have sound activated Again, thank you for the raid Thank you, thank you, thank you Let me give you something Candy just waved Hello, candy Let's get, uh, how to win great Thanks for the raid Again Thank you, thank you How was your stream? But, we digress Let's get back to the topic at hand The common enemy of all mankind We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery I cannot stress enough how important it is to not let it escape Let'slait Let's scanner Let's ride Let's hunt begin Go In This way It's the time, free money El quicker Like The Ich hoffe, ihr habt auch eine perfekte Nacht. Ich hoffe, ihr habt auch eine perfekte Nacht. Ich hoffe, ihr habt auch eine perfekte Nacht. Was ist das? 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 Ja. Was ist das? 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 Oh, wait. Was ist das? 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 Banksy, hallo, willkommen, and because nobody else is chatting, nobody else gets something, heh, let's grab this, energy crystal, no, just stop, don't fall out, no problem, this weight, 180 meters, yes, the boss fight comes closer, oh, hello, what's this? let's dance! so Let's save the stamina, maybe we need it. I don't need the liar to break through this kind of storm, very... Wait, what is that? Enemy attack! Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly trochamps in the vicinity of Storm Terror's lair. Let's go! 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 Komm hier, komm hier. What? 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 The Hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. Mm-hmm. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes. Yet, they shouldn't have been able to determine that we would come, presumably spreading their We are forces to halt our plans without further ado. I suppose I can play faster if my only audience is the wind It actually opened you're not entirely useless tone-deaf bard This is it we are now entering storm terrors lair watch yourselves. Let's move You not entirely useless Did him didn't 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 Yes, a teleport point Watches nice Instead of gold, free money time He doesn't walk in he flies in oh You have a point Oh shit Ouch Das war's für heute. Okay. 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 Was ist das? A frog, ok. No loot. Dammit. Oh, das ist ein Krat. No. Oh. 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 Ok. What have we here? Let's see. Level 30. Atila, hello, welcome. Boom. 27 more. Boom. Mm. Uh. Yeah. Hm. Uh. So much stuff to do here, but we have this target. Another crate! So many crates! So many crates! Hello, I'm here for the dragon! It's stuck! It's stuck! It's stuck! Hmm, I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then, heading up! Hmm, do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the- Do not underestimate them, just because I have beaten one of them before. Right? I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. What? 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 Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drink in the tavern all day! Mai Man doesn't get it! What part of you is remotely diligent? This wind current. Oh! My chest? Was ist das? Get me all that stuff. 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 Let's heal up. Let's build our boss fight. Get me all that stuff. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Look, a wind current. It might lead us to the top of the tower. Yes. Yes. Now we have our teleport point to here. Let's go. 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 Irgendwie so'n großer Roboter. Keine Ahnung, aber die sind schwer zu killen. Deswegen habe ich den erstmal in Ruhe gelassen. These ruins even predate the existence of the four winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was. It was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act- If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Let's go. Ja, und wer darf das wieder machen? Der reisende Charlie. Let's go. Let's go. Ich darf den Teleportpunkt wieder freischalten. End einer. Sprich mit Venti. so schwer war das jetzt nicht ja toll Oh, I see a crate All the stuff Irgendein Endboss beschützt das doch, oder? Das war noch nicht alles. Ah, ich sehe. Ein bisschen wie Zelda, ja. Und wie gesagt, für kostenlos kannst du nicht meckern. Du musst halt bloß einen E-Mail-Account anmelden oder E-Mail-Account angeben. Mh, soll ich denn da rankommen? Ah, okay. Alles nur in Cloud, hey, oh, jo. Oh, möglich, möglich. Aus allen Spielen zusammengeklaut. Latsch. Das ist ein Er. Kann klettern, ja. Hier kann ich ja mal zeigen. Aber... Erstmal nur... Ich muss auch auf Stamina achten, weil sonst, wenn du kein Stamina mehr hast, dann klappen sich die Flügel zu. Ich muss auch auf Stamina machen. Wenn du so Gegner unter dir hast, ne. Und dann so an die Flatter kommst, dann drückst du bloß die Maustaste. Oh. 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 Oh, Prinzessin Zilda muss noch warten. Ja, du hast noch mehrere Charaktere. Also er hier kann halt so hier machen und sowas. Dann kann ich hier wechseln zu der. Die hat so einen Bogen. Mit Feuer. Wenn man noch den Kopf schießt, dann gibt natürlich Bonus und so, ne. Ja, könnte man machen. Oh. Oops. Ja, und eine zum Beispiel hier ist die Heilerin. Deswegen kann ich dann so einen Heilungsbonus anmachen. Und dann wieder Charakter wechseln und mit ihm weiter kämpfen. Wenn ich die alle zerstört habe, dann wird die Kiste hier frei. So. Ja. Wie die Kiste, die du freischaltest, äh, kriegst du den Inhalt und auch Experience Points. Das levelt dann ab und dann kannst du, ähm, andere Missionen machen, die dann eher schwerer sind, sozusagen. Das Zeug muss man noch sammeln zum Abweiden von Gnaden und so. Wen haben wir noch? Barbara, hast du ja hier gesehen, das ist die Heilerin. Die kann dann so ein Heilungsding machen. Und hier ist Lisa, die macht mit Elektro rum. Keine Ahnung, ich habe jetzt Zelda nicht so viel gespielt. Lippie, thank you for the raid. Und willkommen, Raiders. Intruder alert. Kann den so Elektro machen und so. Lippie, thank you for the raid. Thank you, thank you, thank you. I'm okay. It was a strange day. At work. How was your game? You have won something? Where I have to go? Crystal. Crystal. Yeah, you did. GG. Yeah. Blue Crystal. Let's mark it. Mining. Blauer Crystal. Okay. Instant code. Three money time. Okay. Instant code. Mining with the sword. Oh, wait. Lippie. I think you don't have this. And I think you don't have this. Great smoke from me. Maybe I raid him later. Thanks for the raid again. Willst du Counter-Teddy auch haben, my Rexy? Ich hab zwei davon. Da. Nein! Doch! Oh! What's this? 50 T-Fuel? 10 T-Fuel. Thank you. Thank you, thank you. The bot isn't there and I have to look on dashboard. Always appreciated. needs a bit. A bit. Oh no. 20 TidBLicking. I like that right out. Boom! Burn, bojo, burn! Boom! 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 Yay! What's that? Yes, I take it. Da ist noch ein blauer Kristall. Die sind extrem selten. Blauer Kristall. Da ist noch ein Stamina. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Da muss man kaputt hauen. Da liegt so ein Brocken rum und den kann man dann einsammeln. So. Und irgendwie sind die auch sehr hart. Deswegen muss man so oft draufschlagen. Okidam, hallo. Willkommen. Da bist du ja wieder. Ja. 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 jeder hat seine waffe also ich müsste denn den charakter wechseln wenn ich was anderes machen will also später aber ich kann sie allgemein wechseln denn rennt da immer mit einer anderen waffe rum wenn ich denn hier escape und figuren dann kann ich ihm hier sagen andere waffe wechseln aber ich habe schon eine mit vier sternen und abgegradet könnte zu einer schlechteren wechseln wir haben dennoch effekte und so physischer schadensbonus verstärken kann man die denn auch aber ich brauche jetzt so ein material um die weiter zu verstärken ein anderes schwert ja ja hier sind ja andere schwerter die ich zur auswahl hätte und das ist aber schon am meisten abgegradet das ist stufe 20 und hat vier sterne also das das beste was ich zur zeit habe und hier zum beispiel ember ember hat einen bogen und der ist dann auch schon drei sterne und level stufe 40 hier ich glaube hier lisa hat ein buch ja doch hier drei sterne buch und bessere tabic nicht und barbara ist auch so eine zauberin mit mitteilung hier die hat auch so ein buch mit drei sterne ja ja den benutze ich eigentlich sehr selten ich glaube der hat das schwert noch das anfangs kleine schwert dem könnte ich natürlich ein anderes geben das hier zum beispiel jetzt hat er ein besseres schwert ein benutze ich kaum fischel benutze ich eigentlich auch kaum die hat hier auch ein drei sterne bogen und noel benutze ich eigentlich auch kaum hat die die hat auch so ein drei sterne wert sterne bilder können ja sterne bild auswählen ok wo der war gibt es eine errungenschaften da gibt es noch belohnung und so erkundung des landes mondstadt urgestein brauchen wir dennoch um sachen herzustellen und abzugreifen und vom kram sie ja auch noch nicht komplett beruhig was man alles machen kann aber man hat so belohnungen hat hier so ein buchs und abenteuer lizenz wenn man hier besuche ich statue der 7 bei walins ruinen da kriege ich jetzt 20.000 moa und 100 abenteuer ep schalter 1 schreien der tiefe frei lasst drei liebe fuhren aufstieg stufe 1 erreichen stufe 6 ja das musste erst mal schaffen aber nicht glaube ich bei stufe 4 gibt einen haufen krams den er so nebenbei noch machen muss man kann denn hier mit b auch sehen was man gerade zur zeit der taschen hat und so und welche artefakte figuren verbesserungen also irgendwelche sachen zum figuren verbessern nahrungsmittel womit man theoretisch heilen könnte oder andere effekte hier kt weiß ich jetzt nicht genau die teilen wo macht prozent oder der tier teiligung aller truppen mitglieder 300 sekunden lang kommen 107 punkte man kann auch multiplayer spielen ja man kann sich denn hier war falsch mit hier mehr spieler ok muss ich muss meinen jetzigen auftrag erst abschließen bevor ich den multiplayer machen kann ich glaube das ist aber koop denn so richtig gegen andere spieler kommt noch das ist auch noch zu frisch weil man kein gewicht hat immer alles sammeln 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 ich kann mal wenn er zu trommelt dann hat mich eigentlich ein gegner gesehen ah ja 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 und von denen kriegt man auch immer irgendwelche sachen die ich dann zum upgraden brauche jetzt ja wieder 50 ihr abenteuer experience points dazu gekriegt fünf uhr gestein was auch immer das ist ja 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 Lupen und Leveln, genau, das ist das Meister, was man macht. Jetzt sind die Gegner getötet und jetzt müsste die Kiste frei sein, genau. Wie lange noch ein Gegner am Leben ist, ist die immer gesperrt. So, jetzt müssen wir da rüber. Fliegen wir mal am besten. Nee, der Bot ist tot, funktioniert nicht. Der Bot ist heute botmüde, Bot schlafen. Heute ist kein Bot da. Ja. Danke, dass du diesen Code postest. Tot-Bot ist, das ist aber der Potato-Bot. Für mich der Sword-Bot ist der Potato-Bot. Ja. 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 da kriegst du ordentlich packung, komm mal her, komm doch, komm doch alles klar, danke, dass du hier warst, schlafjut und so du dum du dum ja kein thema wie gesagt es kostenlos kannst du ja auch unterladen wenn du willst Eingehauen J. Ben, hallo, willkommen oh If anybody is here and hears me and wants a crate, write one, two, three and chat. Rukidam is there and listen to. No problem. 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 vielleicht mal was oder nicht, hat das dann... ja. Kann keiner direkt was führen, also... Oh, protect us! Oh, gotcha! Disappear! Ja! Let it rain. was du mit meinem scheiß Schild wieder her was du mit meinem scheiß Schild wieder her keine Sorgen irgendwann klappt das denn mal nächstes Jahr denn oder so so weiter geht's du siehst ja selber selbst wenn du von zwei Leuten gewusstet wurdest dann schreib einer im Chat kannst du nix gegen tun hallo oh 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 wo fliegst du hin Geist let's keep start shooting this yeah that's not great super holen wir uns erstmal den links hier den ja aber selbst das glaube ich ist denn fast ein Ding der Unmöglichkeit außer da sind wirklich viele außer da sind wirklich ein paar Leute bei denen helfen wollen und dann daran denken ab und zu mal was zu schreiben so so Der Bot ist leider tot heute, geht nicht, trotzdem danke für den Code. Leider ist der Bot heute tot, funktioniert nicht und weil der nicht bei mir läuft, sondern irgendwo im Rechenzentrum, kann ich dagegen auch leider nichts tun, trotzdem danke für den Code. Danke, danke. Irgendwas können wir dir schön geben dafür. Hier kriegst du die Coins. Ach, ich wollte gerade sagen, wo ist der dritte? Berries, give me all the berries. Geiss. Geiss. Okay... Okay. Let's go all the way up again. Let's go. What the? What? Leave me alone. He's pulling me. Oh, nice. Blauer Kristall. More stamina. Okay. Damn it. Lisa is not fully healed. Okay. We can start. Give me a crate. No, I don't want to cook. Okay. Okay. Okay, I can't climb here. There is also a crate. Let the show begin. Let the show begin. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bullion. Let's go. I'm gonna cry… Goди wein… Blauer Kristall. Was macht der einge Ehe? Er leuchtet blau. STAMINO Oh no! Nice! Okay, the more I could, the more experience points we get. Done. Ouch! Oh, what's this? Oh, what's this? Oh, what's this? Oh, what's this? Ich hab gedacht, ob das hilft, wenn einer das macht. Das ist nett gemeint. Ja! 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 Oh, wie geht's denn hier weiter? Ich habe doch hier einen Teleportpunkt, Mensch. Idioter. Warum teleportiere ich da nicht hoch? Als ich klein war. Wie fühltest du heute, Honorary Knight? Ich bin komplett vorbereitet und völlig sicher, dass wir das tun können. Even Master DeLuke hat uns zu dem Ende. Despite nur ein accidentally-involved... ...bystander. Du hast dein Geheimnis mit mir, und ich habe nur deine Hoffnung. Es ist Freiheit. Freiheit? Freiheit? Wenn du erst auf Mondstadt gekommen bist, hast du niemand gesagt, dass Mondstadt die Stadt der Freiheit ist? Haha, sie ist wirklich ein Kind der Freiheit. Mondstadt ist eine romantische Stadt, ohne die Reine eines Königs. Und ihre Mitglieder haben die größte Freude zwischen den Seven Nations. Ich hoffe, der dragon, das once protected Mondstadt, wird bald wieder frei sein. Also, niemand sollte ihn verraten, dass Mondstadt ihn verraten hat. Und niemand sollte ihn sagen, dass es sein Eternal-Duty ist, um die Stadt zu retten. Er hat das Recht und die Freiheit zu wählen. Er hat das eigene Leben zu leben. Fenty? Well, dann, Traveler. May the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Okay, what do we have to know? Überschreite das Siegel. E.T. Hello, welcome. Okay. It's a dungeon. Look, there are two shiny spots on Davalan's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Davalan's mind. To save Davalan, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Davalan is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Oh. 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 Yeah. I'm sorry. I can't believe it. I know. von den Schocksemen Fire. Schattering them will create acceleration curves. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Schatter the condensed animal orbs to create acceleration curves. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only way. That's not good. Shatter the condensed animal orbs to create acceleration curves. But I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only way. Okay. Hmm. Nope. We cannot make it. Nope. We cannot make it. We move to the wound. We cannot make it. Oh, oh 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 oh. This is unfair. Der Zuhnpfer! Der Zuhnpfer! Der Zuhnpfer! Ja, habe ich ja auch zwei-, dreimal gemacht, aber irgendwie... Ist denn zwar so ein Ring entstanden... Ready, Set, Go! Probieren wir nochmal. Ich sage auch Truppenstufe 26, aber... Ja. Und ich glaube, der hat auch die meisten Exp... äh... Lebenspunkte... 50... 60... 57... 57... Und jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Also ich starte ja mit... ...ihm. Die Schmerzen Schau mal! Da Valen ist ein paar Blöds. Sie sind die Blöds. Sie sind die Blöds. Die Blöds. Die Blöds. Die Blöds. Die Blöds. Die Blöds. Das ist das, was korruptiert die Blöds. Die Blöds. Die Blöds. N tickt, die Blöds. H machines! Die Blöds. Das ist richtig. Die können ja erstmal schon ausweichen. Wie komme ich da durch? Ich bin doch viel zu hoch. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch viel zu hoch. Ich kann nicht tiefer. Ach so. Jetzt habe ich verstanden. Ich wusste nicht, wie Kuchen drunter machen kann. Aber der wird doch von allem getroffen hier. Ich bin doch nicht. Schau da wir ja bei Gibs Thut. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, danke, dass du hier warst Ein schöner Abend noch Ein schöner Abend noch Arbeiten Okay, wie gesagt, schöner Abend noch Und danke, dass du hier warst Okay, danke, dass du hier warst Now we can fight Dvalin on equal grounds The Grand Espart is here to help But first, let me be clear Even after hundreds of years without use Dvalin's teeth and claws are still very dangerous Aim for the painted blood spot on his neck Dvalin's teeth and claws are still very dangerous Dvalin's teeth and claws are still very dangerous Dvalin's teeth in the hole Celestinum finale terminized This dragon has strange taste when he upsgaining things I need it for him just now Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms The energy flooding up will be hot Be sure to watch your step Hmm Hmm In for the tainted blood clot on his neck Let it rip Let the show begin Let the enemy Ah Let's go Let's go Let's go Oh oh. That's not good, cool down. That's too hard. Come a little closer, urine for a little shock. I knew I should have stayed home. Hmm. Hmm. It's too hard. It's just too hard. It's too hard. But first, let me be clear. What's this? It's cheating. I cannot do anything. I cannot do anything. I cannot do anything. Aim for the tainted blood clot on his neck. Let the show begin. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. Yes. The energy flooding out of the pressure will be hot. Be sure to watch your step. I have to be careful. I can't wait. I can't wait. I'm not going to die. I can't wait. I can't wait. Ich fühle mich ein bisschen nervös. Das ist zu hart. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ich habe nur zwei Charaktere. Ich habe nur zwei Charaktere mit einem Range Attack. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Maybe you can do it with all level 40. Okay, I can do this. My character is not strong enough for this Sheed. Maybe we can do other missions instead to level up. And thanks for being here. Hi, welcome. We need stronger characters, I think. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. There will definitely be something that catches your eye. What else do we have? There will definitely be something that catches your eye. Blablabla, blablabla, blablabla. Okay. Get a meal to... Two. First we heal everyone. Almost every character has died. Let's heal a little bit. Let's revive the other characters. Seven seconds. Seven seconds. Come on. I guess I'll post an expedition at the adventurers guild. Take a look. I guess I'll post your followers cai. Infer! Alert! Infer! Alert! Mr. Smoke! Holy shit! Thanks for the raid! And welcome raiders! Thank you, thank you, thank you, thank you! I cannot say thank you enough! Welcome, welcome! Let me give you something! This! This! Lucky crate! Oops, funky! Let the show begin! I lost the one mission! Every character is almost died! I have to get stronger! So! I'm with Catherine! Where? What? What? That's a little bit... No way! We go here! Again, thank you for the raid! I totally didn't expect it! Okay... Okay... But, but, it's my mission! It's my mission! It's a surprise! Let's look! Instant gold! Free money time! Sadly, the bot is dead! Let's regain some stamina! Let's regain some stamina! Hello! Give me that crate! Thanks for posting that code! Thank you! Thank you! Everyone redeem it! It's free money! It doesn't cost you anything! Git.Incent.com Okie dokie, thanks for the raid again and have a nice evening slash morning. What's this? What's this? Yes, see you next time. Next time I raid you again. Okay, this way. Okay, unexplored land. Let's check it out. Hello. What's the stairs leading to? Okay. Okay, okay, blah, 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 blah. Damn, the next mission. But it's close, we can do it fast I think. Okay, okay, it's an elevator. Yes, elevator. Teleport point, nice. Teleport point is always nice and you can quickly reach this position. So much loot. Grab everything. Blah, 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 a packet for you. Oh, yes. Here. Kitty, kitty, kitty. Kitty, kitty. It's a dog. Don't look at me. I don't have food. Okay. Okay. Quick mission. What? Quick. We don't know how long it takes. Let's see. More stamina. I need stamina. I need stamina. I need stamina. Give me stamina. Give me stamina. Okay, two left. Oh, oh, das war... Das war... ...close. Das ist ein White. Autsch! Autsch! Iron! Give me all that iron! What's that? Come back there! Hello! And I think you donated earlier. Thanks for the donation. 2 hours 40 minutes. Thank you, thank you for your 25 defuels. Sadly, the bot is dead. So... I only see on dashboard... ...these things. 200 MHz! Yes! Can we reach this? It's better we go... ...around it. Because you are drowning when you... ...not have stamina. ...not have stamina. Let me also give you something... ...not have stamina. There... Great! Jason! Hello! Oh, no! Oh, no! Did you miss me? No! I should not get to the... Good! What did you see? I should not get to the... ...lamish! Oh! Oh! Oh, no! Oh! Oh Oh Come a little closer Oh 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 No escape! Dammit, this does not work. We try it with an Ectro. Come a little closer. Come a little closer. Now this guy doesn't have the shield anymore. I don't know. Oh, protectors! Spinblade! Das war so easy. was du willst. Let's loot everything. D-Duck, ja, willkommen. Und thanks for posting that code. So much stuff to loot. Nothing here? Okay. 100 Meteors. Let the show begin! So much stuff. Und der Weltstufe. Während sich deine Abenteuerstufe erhöht, steigt auch deine Weltstufe an. Dadurch werden die Schätze wieder erhöht. Du findest immer wertvoller, eine Gegner aber auch stärker. Okay, manchmal musst du Aufträge zum Aufstieg der Abenteuerstufe ausführen, bevor du mit den Verwitteln kannst. Die Abenteuerstufe. Okay. We have something. Okay. Dead? Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir. Microphone muted. Tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived and the memory of her noble origins faded. Microphone activated. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey. Of your tale to be told. Mhm. Okay. 21 Euro. 10 Euro. Nope. Thanks. 4200 and 750 I need. Okay. 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 Nice. Give it to me. 16,000 Mora. Mmm. Very, very good. Marvellous. Wonderful. Benitola! Thanks for the follow! Welcome! We always need money! Hmm, 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 hmm! Hmm, hmm, hmm. Ok, ok. So much cool stuff, but every time the same, money, a book, crystals and money, and something, I don't know what it is, okay. This dead, what's here? Okay, I have no idea, what was here. Was it worse or what, we take it. Okay, 240 meters, can we teleport this? Not really, we have to go there. Okay. 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 We climb up here. 48 meters, almost there. Okay. 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 Go away, fire. Okay, good. Okay. Okay. Woher, woher, woher? Give it to me. Bla 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 bla. Hey. Und? Jetzt Markt und Herr. Nachtjahre, was? Nein, ich habe es nicht. Was? Was? It's in Guru Free Money Time. Mikrofon Muted. Mikrofon Activated. Hm. It's not exactly a mission. Hm. It's crazy. Let's see. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Good. Thank you, thank you. It's weird. I have to gather some stuff for her. Höher. Wind. Höher. Hö! 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 Let the show begin! What? you can't run from dead okay interesting Ich muss noch ein paar Sachen holen, aber ich muss noch ein paar Sachen holen, Ich weiß nicht, wo kann ich ein Gesadter holen können. Das ist wunderschön. Ich habe keine Ahnung. Es geht nicht weiter. So much stuff, I won't, but I don't know where I get this. Toha 11, Bad King. Thanks for the follow. Give it to me. She wants some ore from me, but I don't have this ore. So this mission is stuck, I think. I have no idea from where I get this stuff. Come a little closer. Come a little closer. Nothing to see. No, no, no. No, 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 no. Nope. Nothing. We don't have any hint or clue. We don't have any hint or clue. We don't have any hint or clue. Mostly the ore is on some cliffs, but it don't look so. No ore for Charlie. Hmm. 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 What, what was that? Und? Oh. There's something, there's a crate. Nope. So much stuff, give it to me, give it to me all. That is a good thing, you don't have to do this mission, you can do so much other stuff. Huh! Ah! So much other stuff to do. But still, I don't have any idea how I get this stuff, what she wants. I don't have any idea how I get this stuff, but I don't have any idea how I get this stuff. I don't have any idea how I get this stuff, but I don't have any idea how I get this stuff. Okay. Okay. I'm a Nazi-X. Hello, welcome. Boom. How is it going? Boom. 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 I'm a Nazi-X. Oh, da ist ein Krayt. What? Now, I have an idea, ha ha ha, nice. Yeah. Okay, so this mission we cannot complete, that's not so cool. Okay. Let's try this mission. It's a long way. Let's try this mission. Better watch out for signs of trouble. More stamina, I need more stamina. Yeah. Let's try this mission. 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 Well... I already see a temple. Das war die Sonne für »Somebody wants to attack me« Aber niemand war da. Strange. »Strange«, »Strange«. »Teleport point«, »Yes«. »Pairs are great«. »Thusen Meter«. »Hah«. »The next quest«, »Gilber«. »The next quest«, »Gilber«. »Fach, nope«. »Hilomi«? »Fach, there is no name«, »Do I know me? »... Okay« »Auch« 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 800 Meter We come closer and we unlock this temple, so we can teleport to here and don't have run the runway again. It looks like we have to fight somebody. Oh, nobody here? Nice. Ah, okay. We probably have to go there to unlock this area. But first, we have to go to our mission. 600 meters. Yes. Almost there. Almost. A whole new city. Okay, get there. First, we unlock this teleport point. Okay. Okay. On top of this is also a teleport point. Maybe the stamina is enough? Enough. Enough stamina to climb. What do you do? Oh, yeah. 30 meters. Almost there. Ja. Dask, welcome to the Adventurer's Guild. Blah, 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 blah. Oh nice, I got a key. I also got some fun. I like this, ongel!. I know what I was doing today. Mhm, mhm. Okay, there's another teleport point. What you are selling here, salt, pepper, damn, we don't need this stuff. Grilled tiger fish, get it while it's hot. Mhm, okay. Maybe it's smart to go there. To unlock this area. So we go this way. Erstellen what? Ah, okay. Instant gold, free money time. Crafting table, okay. Heh. What are you staring at? Thank you so very much. Uh, join the adventurer's guild. You'll have a blast. The key here is consumer psychology. Blah, 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 blah. Okay. What you are selling here. Two stars. No. No thanks. Warehouse. Warehouse. One. Two stars. Two stars. One stars. One stars. Two stars. Two stars. What else will we eat? Das ist no. Weapon. Nebelgrasbollen. Oh oh, sorry, Wronky. Nebelgrasbollen. No, you don't have this. Okay. Okay. Can set. Oops. So, yeah, this way looks great. I'm on the right way. Yes, I'm on the right way. Okay. Okay. Let's watch carefully. Don't run into enemies with 20 levels and more above me. Who wants something from me? Is it this? I think this is it. Was ist das? Keine Ahnung. Next. Oh shit. Come a little closer. Urine for a little shock. Surrender and be gentle. Wind blade. Oh shit. 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 What's that? Sound bug? Sounds like a sound bug. Oh shit. Wind blade. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, this is a ray. We go this way, because we unlocked this stuff, so we can teleport here. Hello, Mr. Ghost. No, damn it. Yeah, great. Okay, we must go all the way up. Yeah, unlocked. Nice. But, I think we play two more from here. Yes. Let's mute the game. Yes, we know it's unlocked. Okay, let's close the giveaway. We have 626 followers at the end of the stream. That's a yes. Close prediction free, close prediction free. Good luck everyone. GG. Please stay in chat. I wait somebody. Thanks for watching. Thanks for the follows, for the donations. Like I said, please stay in the chat. I wait somebody. Bye bye until 2. desoorme.